Hallo liebe Freunde und willkommen zurück nach einer, keine Ahnung, sehr sehr langen Pause, aber sowas von lang, sind wir wieder zurück bei Minecraft Tee und heute haben wir dann gleich einen Gast dabei. Ja, ich bin Tim. Das Let's Play könnte heißen ja eigentlich auch TeeTee heute. Ja, TeeTee heute. Okay, dann nenne ich ihn ein Gast mit Tee. Das ist ein künstlerischer Name. Ja. Ja, und wo waren wir? Wir waren, ja, keine Ahnung, Let's Play Tommy, war das die? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, Tommys Superwelt. Ich glaube, war das. Ich weiß echt nicht. Ich habe so eine lange Pause gemacht. Nein, ich glaube, ich bin mir sicher, weil ich mir letztens ein Video von mir angeguckt. Ja, da war Tommy Superwelt. Okay, das ist meine Welt gewesen. Okay, dann ist es Tommy Superwelt. Tut mir leid, dass ich es fähige. Aber so gut haben wir einen Abonnenten, der das weiß. Ja, ja, hier. Ach, ja, hier. Ja, aber ich gucke mir auch nicht so oft. Ich bin auch nicht so oft bei YouTube, weil mein YouTube-Hakt. Ja, okay. Okay. Äh, es leckt gerade ein bisschen. Ja. So. Da hinten ist unser Dreckhaus, so wie man es nennen kann. Ja, ich schaufel mich jetzt erstmal... Oh, es wird gerade Nacht. Dann gehen wir jetzt mal... erstmal schlafen. In unser... ...sicheres, in Anführungsstrichen, Dreckhaus. In Anführungsstrichen, auf jeden Fall. Ja. Warte mal, versuch mal ein bisschen lauter zu machen. bisschen zu laut? Noch ein bisschen zu laut? Noch ein bisschen zu laut? Noch ein bisschen zu laut? Okay, das klappt. Boah, facken lassen wir noch nicht, oder? Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich hier neun Skin. Das sah cool aus. Ja, finde ich auch. Bei der Gangster? Ja. Öh. Wir machen uns erstmal ein bisschen Holzkohle, würde ich mal sagen. Ja, und dann hast du auch Stikis. Kannst du den Fuckin drauf machen. Ich weiß gar nicht, wie macht man das? Das ist so lange nicht mit Minecraft gespielt, ey. Hä? Ok. Warte, brauche ich eine bisschen Kohle, ne? Mhm. Ah, ok. Dann gehen wir morgen... Ne, warte, du brauchst da... also mit Holz machen zum Beispiel aber als Holz oder ja mit einem Bretter ich habe es doch gemacht ja er muss in Beirat für uns machen das hat auch gehalten doch nicht, muss man mit Holz machen aber jetzt gehen wir erstmal auf Material in Suche Ja. Ja, ja. Hmm. Hmm, finde ich auch... Was haben wir eigentlich eingestellt? Option. Einfach so muss es sein, einfach und leicht. hmmm... Nom 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 nom. Ist das Sand? Ja, ist das Sand! Könnte es mal schon klar davon machen. Na wenn wir Kohle finden... Ja, wenn wir Kohle finden. Kohle! Man sollte Kohle niemals sagen, das braucht man nicht, das ist total gut nütz. Kohle ist sehr wichtig. Also Kinder, Kohle ist für sie übergeben wichtig. Holz, Kohle ist auch. Erstmal Holz, Kohle. Ja, 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 ja. Lügen, weil die Lügen. Das ist unnütz. Ja, okay, es sind ja keine Ferien mehr, das ist total miet. Morgen leider wieder Schule. Es ist Sonntag, keine Ahnung wie viel Uhr. Ja, sagen wir mal so halb sechs ungefähr. Ja, halb sechs. 17,30. Naja, passt. Ja, okay, 17,24. Aber ist ja auch egal. Holz. Ich glaube, wir graben uns jetzt erstmal ein. Nein, wir bleiben aber in der Nähe des Hauses, ich möchte jetzt nicht verschollen gehen. Das ist sehr schlecht. Warum? Wenn wir verschollen gehen, ist das sehr schlecht. Ja, das wäre sehr schlecht. Jetzt erstmal die Suche nach Kohle. Ja, Steine können wir auch ein bisschen mitnehmen. Aber wir graben uns jetzt zum Tunnel hier hin, bis zum Haus. So lange macht das wahrscheinlich die Spitze nicht mehr und so lange wird auch die Zeit nicht reichen. Ich glaube, wir graben die falsche Richtung, ne? Ne. Wir sind gerade in... Ich gucke jetzt noch mal. Du verunsicherst mich total. Ja, sorry, aber... Ich bin mir glaube ich sicher, dass wir nicht falsche Richtung graben. Du bist jetzt sicher. Wer bist, was du nicht? Ja. Ich kann mich auch vertun, aber... Wir graben in die Richtung. Also nach links von uns jetzt. Ja, wir graben in die jetzt, ja. Ja, und wir haben uns total nach links gegraben. Dann gehe ich jetzt in die Richtung. Oh, das ist Baum. Ja, ich dachte, das ist sehr laut, okay. Ja, der Nebel. Ich glaube, das ist doch nicht die richtige. Da, da. Ja. Was war das? Man graben wir hier. Ja. Ich weiß, da hinten war eine Hülle. Hülle. Ähm, aber... Die ist mir ein bisschen zu gefährlich, weil das ein riesiges Loch ist. Wir haben noch gar nichts. Ja. Wir sind in sieben Folgen noch nicht so weit gekommen. Wir haben zwar... Ich glaube, Eisen haben wir, aber ich habe keine Ahnung. Aber wir haben echt kein Glück mit... Ne, wir haben keinen Speziale. Äh... Ja. Das normale Mannschaftsleben halt. Ja. Hm. Was soll ich sagen? Das Minecraft Leben ist einfach so hart. Ja. Das letzte Video, was wir gemacht haben, ist das, ähm, Survival Game. Ja. Und... Endlich wieder Minecraft T. Ich weiß gar nicht, ob Leon noch weitermacht mit seinem Minecraft. Wer weiß. Ja, wer weiß schon. Ne, ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Das solltest du eigentlich wissen, ne? Boah, das ist so... Es ist so dunkel hier. Aber ich muss mal... Äh... Ist das... Ich weiß gar nicht, ist das jetzt Erde? Ja. Ja, okay. Okay, da ist auch das Tageslicht. Da kann man zusammen einfach mal rausgraben. Aber erstmal brauchen wir ein bisschen Licht, damit sonst... Ich habe noch Augenschmerzen. So. Kohle! Ja, Kohle! Ja, Kohle! Ja, Kohle! Geht auch gleich XP! Oh, Kohle, das ist echt... Oh. Ja. Ja, schön, endlich Kohle. Ich weiß gar nicht, ob wir schon irgendwann mal Kohle gefunden haben. Ich erinnere mich gar nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt Kohle gefunden. Ja. Das ist ja super. Aber... Wuhu! Oh, ja, auch gleich so viel, ne? Naja, viel kann man das nicht sagen. Aber es ist okay. Ich habe mir jetzt auch für die Xbox, habe ich mir auch Minecraft geholt. Es ist genau wie das Minecraft. Es ist also... Ja, nur Steuerung ist anders. Ja. Ja, ist sehr klar. Ja, ja, aber auf jeden Fall macht es genauso viel Faden wie das hier. Sehr empfehlenswert, falls die Xbox hat, könnte ja... Mal gucken, es ist aber teurer Preis, 1600 Microsoft Points. Ja, ist okay. Das ist das nicht für PS3 gibt, hätte ich mir geholt. Ja, weil zum hat nicht die PS3. Ja. Und die... Mittag ist kaputt. Ach, das ist nur wegen dir jetzt. Ja, immer nur wegen... Ja, ich will es. Nein, ich will... Okay, ja. Man hat das erstmal zum Beispiel den Weg zugebaut. Noch hier mal packen. Nö. 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 Brauchter schon. Keine Ahnung. Nö. 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 Kann ich mir ja jederzeit bauen, also. Ja. Nö. 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 Nein, das ist noch nicht. Wir kommen langs ab dem Haus näher. Glaubst du mir nicht? Nö. Wäre besser. Nö. Wäre super. Nö. 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 Na 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 na. Äh, ja. Es werden jetzt auch, ich versuche zumindest ein bisschen mehr Videos zu machen. Ich fange auch bald ein neues Projekt an. Nicht sagen, was es ist. Es ist bescheuert. Wirklich bescheuert. Ich nenne es Let's Trash. Letz Müll. Okay, oder Let's Play der Letzte Bullshit der Erde. ich habe es rumliegen und wenn ich es schon mal gespielt wird ein paar Fanatikern da draußen bestimmt gefallen aber oder vielleicht nicht wer weiß es kann irgendeinen disleckt meine Videos aber nicht